So, meine Damen und Herren, dann ordnen wir das Ganze nochmal. In manchen Ländern Europas ist ja das schon Standard, was jetzt bei uns richtig kommen soll. Das E-Rezept, also ein Rezept, das Sie elektronisch einlösen können. Und nein, diese Karten werden dann nicht der Vergangenheit angehören, sondern eher eine größere Rolle spielen. Denn auf den elektronischen Karten von allen gesetzlich Versicherten in Deutschland soll dann das E-Rezept eben auch, oder damit soll es abrufbar sein. So, da sprechen wir gerne nochmal drüber mit Helge Dickau vom GKV-Spitzenverband der Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Hallo, Herr Dickau. Hallo, Herr Bauer. Herr Dickau, ist das jetzt eine gute Idee, dieses E-Rezept? Ja, das ist definitiv eine gute Idee, weil es vor allem aus Sicht der Patientinnen und Patienten eine große Erleichterung bringt und auch Sicherheit, wie der Minister gerade auch ausgeführt hat. Und das gilt vor allem seit dem 1.7. dieses Jahres, weil man jetzt seitdem das E-Rezept in der Apotheke ganz einfach mit der Gesundheitskarte einlösen kann. Und die hat ja jeder gesetzlich Versicherte in der Tasche. Also nochmal, fassen wir das nochmal zusammen, war ja eher eben nicht ganz auf einen Punkt gebracht von den beiden da vor der Kamera. Also dieses Rezept ist dann, man bekommt es nicht mehr in die Hand, sondern Sie sind bei Ihrem Arzt. Und dann wird das sozusagen in ein System geschickt und Sie können in jeder Apotheke in Deutschland, die daran teilnimmt, und das ist dann ab 1. Januar verpflichtend, können Sie mit Ihrer Karte oder mit einer App oder mit einem Code, den Sie ausgedruckt bekommen, das abrufen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist genau richtig. Der einfachste Weg ist eben über die Gesundheitskarte. Die Arztpraxis legt das Rezept sozusagen auf einen Server, wo er dann in der Apotheke abgerufen werden kann. Und ich brauche meine Gesundheitskarte nur noch, um mich in der Apotheke zu authentifizieren, damit der Apotheker, die Apothekerin noch sehen kann, ich bin ich, und mir mein Rezept oder mein Medikament aushändigen kann. Das ist der einfachste Weg, der jetzt seit 1.7. funktioniert. Einen anderen Weg haben Sie gerade beschrieben. Es gibt auch eine E-Rezept-App von der Gematik. Die ist zwar vom Anmeldeprozess her ein bisschen komplizierter, dafür hat man auch aber mehr Möglichkeiten. Und der dritte Weg ist tatsächlich immer noch auf Papier. Dieses alte rosa Formular wird es tatsächlich nicht mehr geben, aber natürlich hat man immer noch die Möglichkeit, in der Arztpraxis sich sein Rezept einfach ausdrucken zu lassen und damit in die Apotheke zu gehen. Und dort wird das dann gescannt und ich kriege mein Medikament. Klingt eigentlich nicht so kompliziert. Trotzdem, und wir haben das eben schon gehört, ist einer der Kritikpunkte das große Fragezeichen, wie sehr unsere Daten denn dann geschützt sind. Jetzt haben Sie in Ihrer ersten Antwort eben gesagt, Datensicherheit würde hier explizit ja auch verbessert werden. Das müssen Sie uns erklären. Nun, das hat der Herr Minister gerade auch schon ausgeführt. Die Daten liegen auf einem Server oder beziehungsweise auf einem sehr sicheren Server, der Telematik-Infrastruktur. Dort ist eben die Sicherheit insofern gewährleistet, als dass die Datensicherheits- und Datenschutzbehörden in Deutschland ja von Anfang an natürlich eingebunden sind. Und wir wissen, dass der Datenschutzbeauftragte und die Datensicherheitsbehörden dort sehr genau arbeiten. Und insofern kann man schon davon ausgehen, dass die Daten sicher sind. Sicherer als auf einem Zettel, den man von A nach B trägt, so wie es bis jetzt der Fall ist. Gut, wenn wir uns anschauen, jetzt ersetzt dieses elektronische Rezept ja dann, oder soll es auf längere Sicht natürlich dann das bekannte rosafarbene Kassenrezept ersetzen. Dann sollen später auch noch Überweisungen zu FachärztInnen digitalisiert werden. Was erwartet da aus Ihrer Sicht die 74 Millionen gesetzlich Versicherten? Also aus unserer Sicht stimmen wir Herrn Lauterbach zu, dass jetzt wirklich die Digitalisierung einen neuen Startschuss und einen neuen Anschub bekommen hat. Das E-Rezept ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, über den wir jetzt sprechen. Alles weitere, was dann noch kommt, sind weitere Schritte, die auch sehr wichtig sind. Vor allem natürlich die elektronische Patientenakte und weitere Dinge, die digitalisiert werden, zum Beispiel Überweisungen, die eben zum Teil jetzt auch noch per Zettel funktionieren, funktionieren dann auch elektronisch. Das ist alles Teil der großen Digitalisierungsstrategie, die, da stimmen wir dem Herrn Minister zu, ganz dringend in Deutschland brauchen. Kurze Rückfrage dazu. Warum trifft das jetzt erstmal nur die gesetzlich Versicherten und nicht die etwa über acht Millionen Privatversicherten, die in Zukunft ja weiterhin mit einem Rezept zur Apotheke gehen? Ja, das ist richtig, obwohl sicherlich auch die Digitalisierung für die Privatversicherten Patientinnen und Patienten greifen wird. Wie genau dort der Zeitplan ist, müssen Sie allerdings die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen von den privaten Versicherungen fragen. Also ich verstehe Sie richtig. Sie denken, das würde schon auch Sinn machen für alle in Deutschland? Ja, selbstverständlich. Und dann gucken wir zu der elektronischen Patientenakte, die Sie und auch Herr Lauterbach natürlich schon angesprochen haben. Er hat eben gesagt, das könnte möglicherweise am 30. August, wenn ich ihn richtig verstanden habe, im Deutschen Bundestag schon eingebracht und dann verabschiedet werden. Er hat gesagt, das wäre dann so, dass man der nicht mehr explizit zustimmen müsste, sondern sich dagegen aussprechen müsste, wenn man sie nicht will. Das heißt also, wir alle hätten dann all unsere Daten elektronisch irgendwo gespeichert. Auch da wird der eine oder andere sicherlich Angst haben, dass hier seine eigenen Daten und gerade sensible Daten, sagen, wie es uns gesundheitlich geht, in die falschen Hände kommen. Können Sie das nicht verstehen? Grundsätzlich kann ich verstehen, wenn man gerade, wenn es um ganz sensible Gesundheitsdaten geht, dass man da vorsichtig ist. Aber auch hier ist, wie gesagt, der Datenschutzbeauftragte und die Datenschutzbehörden in Deutschland von Anfang an stark eingebunden. Die haben auch schon in den letzten Jahren oft genug Stoppschild hochgehalten und gesagt, so geht es nicht. Dann wurde nachgearbeitet, bis das Ergebnis und die Entwürfe und die Verfahren entsprechend auch den sehr hohen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Insofern, aus meiner Sicht, sollte man sich hier nicht zu viele Sorgen machen. Wann würde das aus Ihrer Sicht dann kommen? Rechnen Sie mit dem gleichen Zeitplan? August, September wird das Ganze verabschiedet und wie schnell käme das dann tatsächlich? Die konkrete Umsetzung ist natürlich nur noch eine andere Frage als die Verabschiedung eines Gesetzes. Bis jetzt ist der Plan, wenn ich mich recht entsinne, dass die Krankenkassen, die ja die elektronischen Patientenaktivere Versicherten zur Verfügung stellen, nachdem alle Voraussetzungen formuliert worden sind und auch sicher festgezurrt sind, zwölf Monate Zeit haben, die Patientenakten programmieren zu lassen und die Anforderungen zu erfüllen und zur Verfügung zu stellen. Aus unserer Sicht ist das ein bisschen knapp, um wirklich eine ausgereifte Lösung allen zur Verfügung zu stellen. Da würden wir uns wünschen, dass diese Zeitspanne noch etwas verlängert wird, damit wir auch tatsächlich mit einer an jedem Punkt und von jeder Krankenkasse für alle Versicherten komplett ausgereiften Patientenakte starten können. Werden wir sehen, 2025, ob sie dann wirklich kommt, so wie es angedacht ist. Das ist Helge Dickau vom GKV-Spitzenverband der Interessenvertretung der gesetzlichen Versicherung. Vielen Dank Ihnen, Herr Dickau. Danke Ihnen.